Am Wort ist nun FPÖ-Klub-Chef Herbert Kickl. Das war jetzt das Führungspersonal der österreichischen Volkspartei und das war jetzt das Führungspersonal der Sozialdemokratie, das hier ans Rednerpult getreten ist, im Zusammenhang mit einer Frage, die ich durchaus als Schicksalsfrage auch bezeichnen möchte. Und ich muss Ihnen eines sagen, wenn ich das zusammenfasse, was ich jetzt gehört habe, wenn man das auf den Punkt bringt, dann kann man nur sagen, es ist eigentlich erschütternd und es ist bestürzend. Sie haben nichts kapiert von dem, was wesentlich ist. Da sind Sie beide aus dem gleichen falschen Holz geschnitzt. Sie haben nichts kapiert. Sie haben schlicht und ergreifend noch immer nicht verstanden, dass dann, wenn man die Probleme der Menschen in diesem Land lösen will, wenn man die Teuerung bekämpfen will, dass man dann an die Ursache, dass man dann an die Wurzel gehen muss und alles andere keinerlei Nachhaltigkeit erzeugt. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Und diese Wurzel und dieser Kern, um den sich alles dreht, das sind diese Russlandsanktionen. Das ist der Wirtschaftskrieg, in den Sie uns hineingeführt haben, Hand in Hand mit den anderen Parteien gegen die Stimmen der Freiheitlichen Partei. Sanktionen ein schönfärberisches Wort für einen Wirtschaftskrieg, der dazu führt, dass die Energiepreise nach oben gehen, im Übrigen dann noch angereichert durch ihren Klimafanatismus, durch die Verteufelung von allem, was fossil ist. Und über diese Explosion der Energiepreise, dort ziehen dann alle anderen Preise nach. Da wird dann das Essen teurer, da wird das Wohnen teurer, da werden die Verträge teurer und so weiter und so weiter. Und kein Ende in Sicht, kein Ende in Sicht, sondern die Situation wird immer ärger. Und am Ende kommt dann auch noch der ORF daher, müsste man wahrscheinlich den Herrn Sobotka fragen, warum der jetzt noch mehr Geld braucht, möglicherweise aus Anerkennungsprämie dafür, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgebaut hat und ummissbraucht hat, muss man in Wahrheit sagen, zu einem ÖVP-Bestellfernsehen. Ich sage Ihnen eines, ich sage Ihnen einfach, es ist schön und gut, es ist schön und gut, es ist schön und gut, wenn wir über Maßnahmen diskutieren, wo wir versuchen, die Teuerung zu lindern. Das ist ganz wichtig, dass wir das tun, aber Sie müssen eines immer mitbedenken. Es wird überhaupt nichts bringen, wenn Sie nicht nachhaltig an die Ursache gehen. Es nutzt nichts, wenn Sie bei einem Wassereinbruch in einem Schiff das Wasser verteilen, in den verschiedenen Kabinen dem einen oder anderen eine Schwimmweste aushändigen, aber gleichzeitig das Leck nicht stopfen. Und das wissen alle Menschen da draußen, die wissen das. Nur Sie wissen das nicht, wenn ich mir Ihre Politik so ansehe. Der Schutz der eigenen Bevölkerung, das ist doch dasjenige, was die oberste Pflicht einer Bundesregierung und der politischen Parteien hier herinnen sein sollte. Warum tun Sie es dann nicht? Warum tun Sie es dann nicht, frage ich Sie. Das wäre die oberste Pflicht. Oder, Herr Bundeskanzler, wollen Sie uns heute ein Geheimnis verraten und uns erzählen, dass Sie eigentlich gar nicht mehr frei sind in Ihren Entscheidungen. Möglicherweise geht es Ihnen so wie den Deutschen, wo Sie gar nicht mehr das Heft in der Hand haben und wo dann andere darüber entscheiden, was Sie zu tun haben. Sie hätten heute und hier die Gelegenheit, auch dazu einmal Stellung zu nehmen. Und ich habe in dem Zusammenhang auch ein Déjà-vu, was die Corona-Politik betrifft, was damals die Corona-Maßnahmen gewesen sind. Das ist jetzt das, was man unter dem Themenbereich Russland-Sanktionen zusammenfassen kann. Da wie dort ist kein einziger Bürger gefragt worden, ob er das denn alles haben will. Aber auslöffeln soll die Bevölkerung alles das, was sie Ihnen einbrocken. Da wie dort ist es die gleiche Lüge von der angeblichen Alternativlosigkeit, mit der Sie Ihre politischen Projekte vorantreiben. Da wie dort hängen Sie am Rockzipfel der Frau von der Leyen und der Europäischen Kommission, anstatt auf die eigenen Bürger zu hören. Da wie dort werden Milliarden ohne jede Nachhaltigkeit, die Sie im Übrigen gar nicht haben, das müssen Sie ja dazu sagen, verbrannt, verbrannt, die wir, wenn wir sie hätten, in ganz anderen Bereichen brauchen würden. Und da wie dort werden all diejenigen, die eine andere Meinung haben, von Ihnen beschimpft und verunglümpft. Das Vokabular hat sich heute ein wenig geändert. Herr Klubabmann-Kickel, ich hätte am Ende Ihre Rede gemacht, aber ich übergebe jetzt den Vorsitz an den Präsidenten Hofer und erteile Ihnen für den Ausdruck die gleiche Lüge, einen Ordnungsruf. Sie können jetzt in Ihrer Rede fortfahren und ich übergebe den Vorsitz. Da wie dort, und das ist der entscheidende Punkt, da wie dort erkennen die Menschen eines, dass wir Recht haben und sie Unrecht. Und die Menschen erkennen, dass wir auf ihrer Seite stehen, dass wir die Interessen Österreichs vertreten und sie das gerade Gegenteil davontun. Und ich frage mich, was das dann soll, wenn die Bevölkerung von der Spitze des Staates ausgerichtet bekommt, aus der Hofburg Zähne zusammenbeißen. Zähne zusammenbeißen. Meine Damen und Herren, das ist eine Verhöhnung der österreichischen Bevölkerung und Sie unterstützen das, anstatt dem Bundespräsidenten entsprechend in die Schranken zu weisen. Was ist das, wenn mir auch eine Pensionistin schreibt? Wenn sie mir schreibt, ich kann die Energierechnung nicht zahlen und sie fügt diese Energierechnung an, was kann ich tun, wer hilft mir? Und diese Energierechnung schaut so aus, dass sie in den Jahren 2019 bis 2021 jedes Jahr zwischen 1.400 und 1.600 Euro bezahlt hat. Und im Jahr 2022 soll sie 6.134 Euro bezahlen. 6.134 Euro. Für Sie, Frau Kollegin Randy Wagner, diese Dame lebt in Wien. Die kommt also dann in die Doppelmühle. Die bekommt es von der Bundesregierung ganz ordentlich ab und natürlich auch noch von den Wiener Energiebetrieben, von der Wiener Stadtregierung, die dafür sorgt, dass das Leben an allen Ecken und Enden teurer wird. Was sagen Sie diesen Menschen? Zähne zusammenbeißen? Zähne zusammenbeißen? Wollen Sie diesen Menschen allen Ernstes erklären? Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Dass das, was hier passiert, im Interesse Österreichs ist, das, was hier herauskommt, soll im Interesse Österreichs sein? Meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, Sie erkennen die Dramatik nicht und Sie erkennen die Dimension dieses Problems nicht, vor dem wir hier stehen. Glauben Sie wirklich, dass das im Interesse der österreichischen Bevölkerung ist, wenn Menschen mehrere Monatsmieten dafür bezahlen müssen, dass sie ihre Energiekosten abdecken? Nur dafür? Knapp über 1.000 Euro Einkommen, 8.000 Euro Forderung von den Energiebetrieben. Ist das in unserem Interesse? Ist das in unserem Interesse, wenn Leute tagsüber bei sich zu Hause im Schlafsack sitzen, weil sie sich die Heizung nicht mehr leisten können? Ist das alles in unserem Interesse? Vielleicht verraten Sie mir mal, welches Kriegsziel Sie eigentlich in der Ukraine für Österreich verfolgen? Das, was da herauskommt, es ist erbärmlich. Und ich habe das Gefühl, und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, und das betrifft all die Parteien, die sich hier zusammengehängt haben, wieder einmal zu einem Schulterschluss gegen die österreichische Bevölkerung, dass Ihnen, die Herren Biden und Zelenskyy und wie die anderen korruptiven Kriegstreiber alle heißen, dass Ihnen die viel, viel näher sind als die eigene Bevölkerung. Ich sage es in dieser Deutlichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass Ihnen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine viel, viel wichtiger ist, als dass die Leute in Österreich sich das Wohnen leisten können, das Heizen leisten können, das Einkaufen leisten können und das Tanken leisten können. Sie sind am falschen Gleis unterwegs. Sie sind am falschen Gleis unterwegs. Und alle diese Teuerungsopfer, das sind Ihre Opfer. Das sind Ihre Opfer. Die Menschen zahlen nämlich nicht den Preis, wie sie es immer behaupten, für einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den Russland begonnen hat. Das ist ja das, was sie immer behaupten. Weil diese Kriege hat es immer gegeben und diese Kriege, die wird es leider immer geben. So viel Wahrheit muss auch sein. Sondern die Menschen zahlen den Preis für ihre unglaubliche Heuchelei, für ihre Doppelmoral. Es gibt nämlich zwei Arten von völkerrechtswidrigen Angriffskriegen. Da gibt es die bösen völkerrechtswidrigen Angriffskriege, das sind die, die die Russen führen. Und dann gibt es die guten völkerrechtswidrigen Angriffskriege, das sind die, die die anderen führen. Die Amerikaner und die Türken und die Briten und wer da alle dazugehört. Und bei den schlechten völkerrechtswidrigen Angriffskriegen, dort ist es so, dass es natürlich alternativlos Sanktionen gibt. Und bei den guten völkerrechtswidrigen Angriffskriegen, dort ist es dann so, dass es selbstverständlich alternativlos keine Sanktionen gibt. Da gibt es dann den Friedensnobelpreis dafür. Und glauben Sie, dass die Leute das nicht bemerken? Glauben Sie, dass die Leute das nicht bemerken? Und dafür zahlen Sie den Preis. Beim Tanken, beim Supermarkt, bei der Energierechnung und jetzt auch bei den Mietkosten. Ja, ich weiß, das tut Ihnen weh, deswegen sage ich es Ihnen, ja, weil es ist halt manchmal schwierig, auch der Wahrheit dann ins Auge zu sehen. Ich sage Ihnen eines, ich sage Ihnen eines, Sie müssten in der Sekunde ein Veto gegen diesen Irrsinn einlegen und Sie müssten in der Sekunde aufführen, auch über die Hintertür, diese Waffenlieferungen jetzt in die Ukraine zu finanzieren. Österreich finanziert das alles mit über die Hintertür der Europäischen Union. Ich fürchte, dass Sie dazu nicht die Kraft haben, dass Ihnen die Einsicht fehlt, dass Sie das alles einfach kalt lässt oder dass Sie vielleicht, und Sie können es ja heute sagen, nicht mehr frei sind in Ihren Entscheidungen, Herr Bundeskanzler. Den Preis dafür, den werden Sie jedenfalls zum ersten Mal bereits am kommenden Sonntag zu zahlen haben. Herbert Kickl, FPÖ-Klubbobmann, war das mit dem ersten Ordnungsruf im neu sanierten Hohenhaus. Die Regierung handele nicht im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher. Die Menschen können sich das Heizen nicht mehr leisten, so Kickl. Und er kritisiert einmal mehr die Sanktionen gegen Russland. Die FPÖ fordert ja in jeder Sitzung das Ende der Sanktionspolitik. gleich beim Berochern. oder aus dem ον waves Nos uso des unserem inörper元 desert dünnig. Was Bis zum nächsten Mal.